hallo ich bin claudius fabich und zum jahresende noch ein aller allerletztes mal für dieses jahr zu gast auf dem satirekanal von robert götz matuschewski ich möchte mich bei euch bedanken dass ihr mit mir gemeinsam durch dieses jahr gegangen seid jeder einzelne von euch jeder ist wichtig und bereichert nicht nur diesen kanal und all meine anderen kanäle sondern die meisten von euch bereichern nicht nur unsere welt sondern auch die kanäle anderer kollegen in den freien medien ohne euch würden wir alle ins leere senden nur miteinander und füreinander werden die kanäle und wird auch die freie welt mit leben erfüllt ich finde es außerordentlich wichtig und ich bin sehr dankbar dafür dass wir gemeinsam jeder von uns auf seine art und weise dazu beitragen dass unser land deutschland europa und die welt besser werden wieder frei werden lebenswerter werden und tatsächlich demokratisch werden und jeder hat eine andere idee und hat andere möglichkeiten wie er zu einer besseren welt beitragen kann ich mache das indem ich indem ich die ja von gott gegebene möglichkeit nutze dass ich gerne vor der kamera stehe dass ich doch einigermaßen gut frei sprechen kann dass ich robert götz matuschewski verstehe und mag auch jerome schmidt schmidt kevin heinzmann und bruno pete dass ich menschen liebe und so wie ich sie liebe so kann ich an ihnen verzweifeln ich nutze diese möglichkeiten um medial etwas zu bewegen und gehe auf demonstrationen für frieden freiheit liebe gegen die sanktionen und für eine bessere welt für alle von uns egal ob hau typ 1 oder hau typ 6 ob reich oder arm jung oder alt radfahrer oder autofahrer ost oder west ob links verortet oder rechts verortet und der ein oder andere von euch macht das ähnlich macht das vielleicht aber auch mit einem tollen kommentar mit einem motivierenden kommentar vielen vielen dank dafür mit dem abonnieren meiner und anderer guter wichtiger kanäle mit einem daumen hoch und auch mit einer unterstützung danke an all meine unterstützer von herzen nur dank euch ist meine arbeit überhaupt denkbar und möglich in der größenordnung wie ich das mache ich mache im monat über 100 videos auf acht kanälen habe inzwischen mehr als 90.000 abonnenten auf allen kanälen da gibt es viele überschneidung danke dafür aber es geht vor allen auch nicht ohne viele mitstreiter von denen der ein oder andere ganz alleine kämpft und sich nicht vernetzt was ich schade finde aber andere wiederum sich stark vernetzen was ich begrüße und ich lade alle die ich jetzt hier aufzähle ein auch gerne auf mich zuzugehen und das vernetzen zu verstärken denn nur miteinander und füreinander und nur wenn wir uns vernetzen können wir gemeinsam unser mitmenschliches ziel besser erreichen ich danke von herzen jedem einzelnen die liste ist bei weitem nicht vollständig aber es mir wichtig dass ich hier einige ja einige wenige doch sind ziemlich viele geworden aufzähle die für euch und mit euch unsere welt besser machen ich habe es nicht alphabetisch geordnet auch nicht nach wichtigkeit ich habe einfach das aufgeschrieben was in meinen meinen kopf kam was mir den kopf schoss danke von herzen an ken jebsen danke für deine arbeit für dein sein heiko schrang danke dass es dich gibt der digitale chronist legendär danke für deinen einsatz charles krüger danke ich mag sächsisch never forget nicki in deinem alter tolle leistung klasse tim kellner tim kellner wir alle senden dir die herzlichsten genesungswünsche du bist ein vorbild für uns alle kasten jahren vielen dank dominik kettner ein toller unternehmer ein edelmetall händler der sich ganz weit raus hängt für unsere freiheit vielen dank dominik kettner ritter der meinungsfreiheit vielen dank achse ostwest legendär für gerechtigkeit vielen dank gerald drosch danke für ihren einsatz kai brenner ein großartiger mensch hat auch seine krankheit überwunden ein vorbild für uns alle supermodel music man danke dass du tapfer deinen kanal weiter wachsen lässt bin jürgen felger ich erinnere mich ich hatte 800 abonnenten du hattest 8000 das mit mir was zusammen gemacht vielen vielen dank für dein sein reinhold wunderlich der mann der demonstrationen filmt dabei ist aktives klasse nur wieso vielen dank darius aus dem nichts warst du da machst tolle videos vielen dank dafür chrissy rieger eine kluge frau danke vermietertagebuch wo kam das vermietertagebuch her aus dem nichts toller kanal viele tolle informationen mike mike vor drei jahren haben wir zusammen silvester gefeiert und konnten nicht ahnen was auf uns zukommt mike von den salongesprächen ich bin stolz und froh dass ich den kontakt zum digitalen chronisten herstellen konnte martin den nachnamen darf man auf youtube nicht nennen martin es aus wien es ist mir eine ehre dass wir uns kennengelernt haben wenn auch noch nicht persönlich haptisch aber wir haben schon eine tolle sendung zusammen gemacht eine mit dem digitalen chronisten zusammen martin ich wünsche dir weiterhin viel kraft alles gute für dich und deine liebe familie und mark mobil auch ein held seiner zeit toll dass sich gibt hagen grell guter mann danke für frei hoch 3 der erfolgskanal vielen dank für eure arbeit miriam hope wo auch immer du bist wir alle hoffen dass es dir gut geht dass du gesund bist und in fülle lebst und danke für deinen einsatz in der vergangenheit karsten stahl toller mann karsten die kennen uns ja schon lange 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 und ich freue mich dass du so bist wie du bist oliver flash war es doch immer schön bei dir auf der terrasse grüße nach mallorca bürgit fischer spirituelle bereicherung für uns alle danke 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 liebe bürgit und du bist eine der wenigen ganz große spirituellen liebevollen wesen die sehr sehr viel für die bewegung der freien denkenden und liebevollen menschen tut katzenminze wer kann kreativer sein als du aktivist mann matteo ich liebe deine jugend dein engagement und deine tatkraft und julian reichelt ja also trotz impfung es ist ja nie zu spät sich weiterzuentwickeln julian reichelt klasse danke dass sie auf die seite des lichts gekommen sind danke für ihr engagement und ihre tatkraft ja tageskorrektur legendär danke an die tageskorrektur danke für euren einsatz robert franz kennen die wenigsten robert franz der uns sehr sehr viel spirituelles aber auch ernährungstechnisches an die hand gibt vielen dank lieber robert petra ohne dich läuft gar nichts und donald duck also donald duck das rückgrat bei mir auf telegram und natürlich auch kai delor boris reitschuster nicht immer bin ich mit ihnen einer meinung auch schon gar nicht seit februar diesen jahres aber man muss nicht immer in allen themen einer meinung sein und das ist wichtig auch eine botschaft an uns alle hier wir müssen nicht immer alle meinung des anderen verstehen und teilen und trotzdem können wir gemeinsam für eine gemeinsame sache auf der richtigen seite auf der rechten seite auf dem rechten weg arbeiten danke boris reitschuster für ihren einsatz max otte schön dass es sie gibt danke für ihren einsatz friedrich krüger guter mann und lieber olaf dank dir bin ich bei youtube vielen 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 dank für deine tolle arbeit aktien im kopf guter kanal vielen dank eva hermann legendär vielen dank und natürlich andreas pop danke an sie beide tobias news spitzenkanal eine empfehlung von meiner freundin anna danke dafür danke für die arbeit michael ross ich erinnere mich an unseren besuch beim italiener unter den linden vielen dank für ihren einsatz und bernie aus australien grüße nach australien du bist ein ganz mutiger toller großartiger mensch auf der seite des lichts caroline matti bei einer der vielen demonstration haben wir uns mal ganz ganz kurz gesehen nicht gesprochen vielen dank für deinen einsatz und ernst wolf ja legendär ernst wolf danke für ihren mut für ihre tatkraft und für ihren einsatz meine kameramann frau die zittert schon rüdiger dahlke ich hoffe wir lernen uns mal kennen vielen vielen dank für ihren mut und ihren spirituellen einsatz danke an den deutschland kurier danke an pe news ganz besonderen dank und ein geschenkt tv vielen dank dass es euch gibt servus tv vielen dank und eine neue entdeckung aus den usa redacted tv greetings to the united states we watch you as much as we can as often as we can to improve our english redacted thank you for your support for the sunny side of the spiritual free thinking people klar tv klasse kanal ntd tv vielen dank auf 1 tv ich drücke ganz fest die daumen dass das mit diesem prozess ganz schnell erledigt ist und sich gerechtigkeit durchsetzt und kompakt magazin und tv jürgen elsässer war mir eine große ehre mit dir zusammen die ja die talkrunde gemacht zu haben eine eine wirklich wertvolle zeit vielen vielen dank für deinen einsatz für euren einsatz bei kompakt tv ich habe diese liste nicht vollständig ich weiß da fehlen noch hunderte das soll uns aber nur zeigen wir sind nicht alleine wir sind viele sind viele tolle menschen die für frieden freiheit liebe und für wahre demokratie jeden tag ein klein bisschen etwas tun bitte unterstützt diese kanäle seid dabei geht weiter auf die straße und setzt euch ein für ein besseres miteinander und füreinander ja war ein bisschen langatmig aber meine nase war ein bisschen langatmig aber es ist mir wichtig einfach mal danke zu sagen an all die tapferen leute da draußen und vor allen dingen an euch liebe zuschauer denn ohne euch läuft nix macht es gut und ich wünsche euch ein von herzen gesundes erfolgreiches erfülltes glückliches und kraftvolles neues jahr euer claudius häng los danke dir großartige claudius ach den robot Board hab ich vergessen tschüss 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 Vielen Dank.